Was ist das neue PX24-Headset von Turtle Beach? Wir haben hier das neue PX24-Headset von Turtle Beach. Mit dem Headset mitgeliefert wird eine Fernbedienung, die unterschiedliche Funktionen beinhaltet. Unter anderem kann das Headset über die Seite eingestellt werden und die Treiber können entsprechend auf die Plattform angepasst werden, zum Beispiel auf PC, Mobile, Xbox One oder PS4. Das kann einfach per Schieberegler passieren. Hier vorne haben wir dann noch unterschiedliche Funktionen, wie zum Beispiel das Mikrofon stumm zu schalten, was dann farblich markiert wird. Außerdem verfügt das Headset über die Superhuman Hearing Funktion, mit dem man leise Geräusche in der Umgebung viel besser darstellen kann. Diese Funktion kann sehr simpel über einen Knopfdruck aktiviert und deaktiviert werden. Hier oben haben wir außerdem noch einen Schieberegler mit vier weiteren Funktionen. Dort kann man zum einen die Lautstärke regulieren über den Regler an der Seite. Mit einem Knopfdruck kann man den Bassboost des Headsets regulieren, indem man auch wieder den Schieberegler an der Seite verwendet. Außerdem kann man die Lautstärke des Microphone Monitoring regulieren, indem man wieder den Knopf drückt und dann den Schieberegler verwendet. Und außerdem als vierte Funktion haben wir den Virtual Surround Sound in das Headset produziert. Den kann man ebenfalls durch Druck auf die Funktion und danach den Schieberegler betätigen, um dieses lauter und leiser zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.